Als nächstes möchte ich Ihnen etwas mehr über unseren Datenlogger Hygrofox Mini erzählen. Das System ist äußerst kompakt und etwas so groß wie eine Streichholzschachtel. Wie sein großer Bruder verfügt der Datenlogger natürlich obligatorisch über einen internen Klimasensor für Luftfeuchte sowie Lufttemperatur und wird wie alle unsere Systeme via USB-Interface-Kabel über den PC ausgelesen und programmiert. Zum Schutz gegen Manipulation kann natürlich auch dieser Datenlogger mittels Siegeletikett abgesichert werden. Eine besonders positive Eigenschaft unserer Datenlogger ist, dass sie alle miteinander kombiniert werden können. Ich möchte Ihnen dies kurz an einem Beispiel genauer veranschaulichen. Was Sie hier sehen ist ein typisches Wohnzimmer, in dem sich in der oberen linken Außenwandecke Schimmel gebildet hat. Ein klassischer Anwendungsfall für unseren Hygrofox. Platzieren Sie das System einfach in der Mitte des Raumes, um dort die Klimadaten aufzuzeichnen. Mit den beiden externen Temperaturfühlern messen Sie zum einen direkt in der Ecke die Wandtemperatur und zusätzlich zum Beispiel die Außentemperatur oder die Temperatur des Heizkörpers im Wohnzimmer. In vielen Fällen kommt nun ergänzend ein Hygrofox Mini zum Einsatz. Dieser kann zum Beispiel in der Diele oder einem anderen Raum das Referenzklima aufzeichnen. Aber auch der Einsatz im Außenbereich mit Schutzlackierung ist oft eine sinnvolle Ergänzung. Der Hygrofox Mini Datenlogger verfügt standardmäßig über einen Speicher für 16.000 Messwerte und kann optional ebenfalls auf bis zu 64.000 Messwerte erweitert werden. So können Sie selbst bei einem Speicherrhythmus von 5 Minuten über viele Monate hinweg Daten aufzeichnen. Der integrierte Klimasensor für Temperatur und Luftfeuchte zeichnet sich ganz besonders durch eine außergewöhnlich hohe Genauigkeit aus. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass der Datenlogger nicht aufwendig kalibriert oder regelmäßig eingeschickt werden muss. Bei Bedarf kann der interne Klimasensor einfach innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden. Auf diese Weise ist das System selbst nach vielen Jahren sofort wieder zum Beispiel für ein Gerichtsgutachten einsetzbar. Wie auch beim Hygrofox kann mit der PC-Software der Tau-Punkt und TRF80 Wert berechnet werden. Es stehen auf Wunsch ein genaues Kalibrierzertifikat zur Verfügung und die im Datenlogger eingesetzte Batterie kann jederzeit einfach gewechselt werden. Es handelt sich hierbei um eine handelsübliche und kostengünstige 3V Knopfzelle. 2. 2.